So, willkommen zur nächsten Folge. In der letzten Folge hatten wir die zweite Prüfung abgeschlossen. Und in dieser Folge werden wir uns auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen um die, sagen wir mal, Nebenaufträge kümmern. Was haben wir hier? Machen wir erstmal das hier, das Fohlen des Todes. Sprich mit Deak im Raum der Wünsche. Gar kein Thema, machen wir. So, das machen wir doch. Dafür müssen wir ja in den Raum der Wünsche. Geheimen Räume, Raum der Wünsche. Einmal kurz rüber. Wir hatten gerade auch noch eine Nachricht bekommen, dass uns jemand Bombarder beibringen will. Bitte sprechen Sie mit Deak, wenn Sie Zeit haben. Äh, Bombarder. Klingt gut. Irgendwas aufbomben hier. Hallo, Deak. Du wolltest mich sprechen. Aber schauen wir erstmal, was Deak will. In der Tat. Deak dachte, sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Das würde mir gefallen. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen-Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deak schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein Paar in der Nähe? Deak hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen sie mit Deak. Okay, Deak. Hm. Die Sache ist, ich hätte ein Testral-Männchen. Wir haben ja schon ein Testral-Junges irgendwo grünen Inventar. Hier haben wir... Ist das ein Testral? Ja, hier ein Testral. Okay, ja. Passt. Deswegen müssen wir nur noch ein... Kauf und Zauber mal für ein Zuchtgehege. Ja, dann müssen wir mal kurz gucken. Öh, Weltkarte. Wo schickt er uns denn hin? Nach hier hinten. Gehen wir mal nach da hinten hin. Hätten wir mal zwei gefangen eben. Wir haben nur eins gefangen bei der Mission. In irgendeiner anderen Folge. Hallo? Stecken Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn ein Schüler wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Äh, natürlich. Ja, ich habe welches dabei. Hier, bitte. Und seien Sie vorsichtig. Oh, vielen Dank. Ich wusste, Sie haben ein gutes Herz. Ich fühle mich schon viel besser. Jetzt habe ich ja Donnergebräu dabei. Das ist richtig. Ich will nur bitte zum Dank für Ihre Großzügigkeit. Dankeschön. Zwei zu ein Trank. Ähm. Libyoso. Ist das männliches. Das ist richtig. Das ist ein männliches. So. Ruhig. Ich tue dir nichts. Ah, jetzt nicht so schwer. Jetzt müssen wir nach Hogsmeade. Und zwar hier hinten hin. Okay. Theoretisch könnten wir nebenbei auch schon mal die andere Mission machen. Wenn wir dann eh in Hogsmeade sind. Und proben wir da nicht hin und her. auf geht's nach Hogsmeade. Auf geht's nach Hogsmeade. Reparo hat mir mehr. Reparo. Hallöchen. Guten Tag. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Deak. Äh. Ich würde sagen, bevor wir zurückgehen, machen wir ja erstmal die andere Mission. Die anderen drei Missionen anscheinend. Ja. Ne? Das sind ein paar Aufträge. Was ich noch gesehen hatte ist, dass wir diese Besenfreischaltungsdinge extra forsten müssen. Wir müssen, glaube ich, mehr Ballons weghauen. Deswegen müssen wir da auch nochmal gucken. Aber erstmal machen wir jetzt hier die ganzen Nebenmissionen. Da wäre ich nicht so sicher. Ich bin übrigens Crispin Dunn. Ich treibe in diesen Dörfern Handel. Vor allem aber in Aronshire. Hübsches kleines Dorf. Tolle Gärten. Erst neulich schrieb der Tagesprophet über unsere malerischen Hecken. Ähm. Ah, ja. Bevor der Portfahre sollte ich fragen, haben Sie Angst vor Spinnen? Spinnen machen mir nichts aus. Spinnen machen mir nichts aus. Auch wenn sie eh Knie aufzütteln. Sie wären überrascht, wie viele ich in letzter Zeit erledigt habe. Gut für Sie. Das Dorf wurde von diesen abscheulichen Dingern überrannt. Und sie sind ungewöhnlich aggressiv. Natürlich mache ich mir Sorgen um meine Kunden. Es scheint aber, als seien die meisten Dorfbewohner geflohen. Aber ich sorge mich um meine Freundin Mary. Ich habe nichts von ihr gehört und fürchte, sie sitzt in ihrer Hütte fest. Verständlich. Aber warum sehen Sie nicht selbst nach ihr? Würde ich ja. Aber ich habe eine tödliche Angst vor den achtbeinigen Bestien, die ich im Gegensatz zu ihnen nicht überwinden kann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Kennen Sie jemanden, der Mary helfen kann? Hm. Kennen wir da jemanden? Also ich würde sagen, wir kennen da jemanden. Ich werde mein Bestes geben, Mr. Dann. Bitte tun Sie das. Wenn Ihnen jemand einfällt, der mutig genug ist, um zu helfen, wäre ich sehr dankbar. Ich auch. Erlanger liegt südöstlich von Hogsmeade. Direkt hinter dem Bahnhof. Ich verstehe. Direkt hinter dem Bahnhof. Wir können erst die Mission machen. Dann müssen wir wahrscheinlich eh wieder hier zurück und können die anderen neben Missionen anfangen. Äh, fliegen ist hier gar nicht möglich. Was ist, wenn wir rüber gehen auf die Weltkarte? Jo, hier können wir importen. Das ist ja gar kein Thema für uns. Aber erst mal sollten wir... Ekelhaft. Ja, Spindchen hier? Nein. Das waren sicher die Letzten. Das war's. Wunderbar. Hallo, Rumora. So, was ist denn hier so hell? Ei, ei, ei. Truhe ist hier hinter. Haben wir hier oben noch was? Oh, da fährt der Truhe hier. Nehmen wir mit. Wenn wir eh schon mal hier sind. Dö. Dö. Hier nicht ne Kiste, jese. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Ähm. Wollen wir auf jeden Fall noch mehr? Na komm, irgendwie bleibt man hier überall hängen. Ach, wir waren hier schon mal. Scheiße. Ähm, ja. Ich habe das Zauberbuch von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krüfte. Ich habe etwas gefunden. Revelio. Okay. Wollen wir sagen? Wo muss hier hinten auf jeden Fall noch die fette Truhe? Oh nein, das muss Mary sein. Die Ärmste. Mary? Mary Poppins? Wenn Mary diese Dinger in ihrem Keller gezüchtet hat, gibt es da unten noch mehr? Ich muss wirklich jede Spinne in diesem Keller vernichten, wenn das enden soll. Perfekt. Jede Spinne müssen wir vernichten. Wo ist denn hier diese Truhe so? Nicht blind. Und da ist was? Okay. So. Das war aber nicht die Truhe, die wir so brauchten. Ach, hier hinter ist. Frech. Wirklich frech. So, feiner. Ab in den Keller. Zu den Viechern. Räuchern wir die mal aus hier. Falls Mary die Spinne hier gezüchtet hat, sind sie jetzt nicht da. Geht's weiter runter, hier geht's rein. Das ist kein gutes Zeichen. War wir nicht schon mal in... Spinnen müssen irgendwo sein. In so einem Keller hier? Doch, in Hogsmeade waren wir doch in so einem Keller. Ich will gar nicht wissen, wohin die führt. Egal, was mich dort unten erwartet. Ich sollte auf alles gefasst sein. Ja, wir sind auf alles gefasst. Let's go. Eiersäcke. Ich muss sie alle finden und zerstören, bevor die Lage noch schlimmer wird. Ein Eiersäcke. Komm center. Ich muss sie runter. Ich hörsi put. Check your damit. Mach- Förstellig. Seher kommt ende. Aber auch Mais. Es� land gibt. Wir sind nicht so nah. Im Bestand. Blühberei sind sie hier, die kleinen Scheißer. Was ist Level 28? Die Hälfte ist geschafft. Ich muss alle Säcke zerstören. Das wird eure Eltern sicher wütend machen. Die Sicherheit macht es wütend. Ich glaube, ich weiß jetzt, was mit Mary Portman geschehen ist. Sie hat die Stirn gezüchtet. Böse Mary. Ähm, so, was haben wir hier noch? Der Pulto! Hallo? Was soll uns das hier zerstören? Blöde Sau. Kein gutes Gefühl, dass sie mich sehen. Aber ich sehe nicht. Ich kann mich gar nicht so sagen, dass sie mich nicht sehen. Beziehungsweise, dass ich sie nicht sehe. Nämlich verarscht. Wenn wir mich jetzt rüber gucken. Das ist frisch. Dass du da nicht einfach mal in die Hand durchstecken kannst, was rausgrappen kannst. Aber ja, gut. Ich kann es zulassen, dass ihr Aronschein noch mehr antritt. Oh! Klapp hier! So! Klapp hier! Klapp hier! Hier noch mehr? Säckchen? Nö. Hier haben wir noch ein paar Säckchen, joa. Nice. Haben wir alle. Raus hier! Ähm. Was ist da gerade passiert? Ich habe Fragen. Warum diese Musik? Oh Gott. Klapp! Ich habe das nicht mehr geschwäst. Oh! Klapp hier! Wir sind uns! Wir sind uns! Wir sind uns! Ah, die ist schon da unten. Ja, gut. Gut. Ja, gut. Wenn sie schon da unten ist. Nein, halt. Das ist die letzte. Und sie ist wütend. Klazio! Befinde! Protego! Befinde! Klazio! Ich bin voll für den Heiß meines Lebens. Ah, ha! Klazio! Befinde! Klazio! Befinde! Befinde! Hier! Oh! Oh! Pass das, oder? Nein, es sind einfach zu viel. Easy! Ja, genau. Krassen Damage damit raus. Krasser Damage auf jeden Fall. Ähm. Müssen wir hier lang? Jo, hier müssen wir lang. Ich will gar nicht wissen, wie viel Damage wir raushauen, wenn wir Awara Kedabra erlernen. Wobei wahrscheinlich nicht so krass ein Damage tatsächlich, weil ja unsere Kleidung eher auf den anderen Spell ausgelegt ist. Aber, ja doch, erlernen würde ich ihn trotzdem gerne machen. Dafür müssen wir, glaube ich, Sebastian Questreihe durchziehen. Ähm, wo müssen wir hin? Nach Hawksmeets. Kein Problem. Warten wir hin. Zack. Zack. Einmal nach Hawksmeets. Hawksmeet. So, dann können wir das hier abgeben und direkt die nächste Nebenmission annehmen. Ja, weiß ich jetzt nicht, wenn sie selber die Spinn züchtete. Unglaublich. Sie hat das nicht verdient. Oh, nein. Tut mir leid wegen ihrer Freundin. Vielleicht hilft es, dass ich die Spinnen beseitigt habe. Es ist nun wieder sicher dort. Was? Sie haben die Spinnen beseitigt? Ich kann es kaum glauben, aber ich bin erleichtert. Natürlich. Ich schätze als erstes helfe ich beim Wiederaufbau des Dorfes. Vor toten Spinnen brauche ich mich wohl nicht zu fürchten. Das ist die richtige Einstellung. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Vielen Dank für alles. Ich halte Sie über den Neuaufbau des Dorfes auf dem Laufenden. Schön, dass ich helfen konnte. Ich werde Ihren Laden beim nächsten Mal in Aronshire besuchen. Für Mary, die von uns gegangen ist. Für Mary. So, nächster Nebenauftrag. Kommen wir hier drüben ein. Was soll ich nur ohne sie tun? Wait a minute. Sneaken wir uns hier ran. Und holen uns die 500. Kacken, du blöde Sau. Lass mich doch hier nicht verarschen von dir. Jetzt, wo ich weiß, wie ich die Kissen öffnen kann. Mein liebes Mondkalb-Bisket wurde von Wilderan im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mr... Garnuf. Bloß... Garnuf. Ich bin nur ein einzelner Kobold. Nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande, elender Wilderer. Oh, meine arme Biskit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Ich sehe mich nach dem Mondkalb um, Garnuf. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu kobolden. Wenn Sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Das ist ja nett. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Wilderer? Ja. Kein Problem für uns. Bildkarte? Einmal hier rüber. Okay. Hallo. Wie schön Sie zu sehen. Hallo. Ja, das finde ich auch. Wo geht es denn hier raus? Ach so. Oh ja, der Minett. Guck mal kurz, was er hat hier. Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich erkunde nur etwas die Umgebung. Ja, es ist gut ab und zu etwas zu unternehmen. Nö. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Geil. Für eine wanderlustige Person wie sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Nö. Für einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Babcock? Sagen Sie mir Zeit, wenn Sie etwas finden. Oh Mann. Was verkaufen Sie hier? Zeig ich mir hier, was es heißt. Wir nehmen alle... Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Himmels. Oh, einfach mal mitnehmen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. War kein Thema. Alles mitnehmen. Wer hat Mondstein hier? Null. War nur drei. Das ist ja geh nix. War nur drei Mondsteine, also. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Das ist ja geh nix. Ah, ist er full. Okay. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ne, damit sind wir auch full. Es war mir ein Vergnügen. Mir auch. Zum Beispiel haben wir noch eine Merlins Aufgabe. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Wie gesagt, eigentlich müssen wir die nicht machen, aber... Können wir eh dran vorbeikommen. Let's go. Ähm. Es ist ja auch fast immer das gleiche Gefühl, ne? Jetzt müssen wir die Krügel da runterhauen. Wie war das behauptet? Brigadium Libyosa. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. So ist es. Die kriegen uns nicht klein. Das ist halt easy, ne? Haben wir schon öfter gemacht, so eine Kugel da reinschieben. Jetzt musste man einfach nur noch... ...der ganze Lobe da wegbrennen. So, wir haben hier... ...einen Luftballon. Wir müssen welche kaputt machen auf jeden Fall. Für die Besenerweiterungen, glaube ich. Deswegen, let's go. Ich sehe ihn. Ghanov hatte recht. Ich muss vorsichtig sein. Filderer. Ich muss totale. Ich hätte im Wald fast... ...schleifen. Ich war... ...seit die Krall. ...schleifen. Ich muss... ...schleifen. Ich muss... Aua. Ey. Lass dich nur nicht warten. Lass dich nur nicht warten. Lass dich. Befinde uns. Es reicht. Junge. Na. Wer hat noch ein Problem hier? Wollte Schrauben. Sind jetzt sicher. Und hier ist noch so eine Kiste. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Bin... Also eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Wollen. Dementsprechend. Egal. So. Hallo, Rumora. Zack. Also gut. Wer von euch ist Biscuit? Wer ist Biscuit? Reveglio. Ist das Biscuit? Reveglio. Der Tim Biscuit. Ich pass auf dich auf. Das war aber nicht Biscuit. Reveglio. Ja, da vorne ist Biscuit. Leveglio. Ist das Biscuit? Jetzt ist alles gut. Auch nicht. Reveglio. Ist das Biscuit? Das glaubt Professor Howe nie. Hoffentlich. Reveglio. Ist das Biscuit? Auch nicht. Scheiße. Wo ist denn hier Biscuit? Hier hinten haben wir noch welche. Wo kommst du her, Junge? Na gut, Biscuit. Bringen wir dich zu Ghanuf zurück. Ah, haben wir doch Biscuit. Lassen wir uns nicht lumpen hier. Was ist das hier oben? An der Plattform freigeschaltet. Okay. Lasse Ballons platzen, ja. Haben wir noch welche? Bin ich blind? Sehe ich keine mehr? Ich glaube, wir sind blind. Wir sehen keine Ballons mehr. Reveglio. Reveglio. Aber nö. Kehre zu Ghanuf zurück. Okay. Warum das? Karte. Boxmeets. Und hier hin. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Aber nur manchmal. Oh, meine Biscuit. Ghanuf. Ich habe Biscuit. Wirklich? Ist sie verletzt? Niemals. Hatte sie Angst? Geht es ihnen gut? Biscuit und mir geht es gut. Ich konnte sie problemlos retten. Ein Glück. Bei Wilderern rechne ich immer mit dem Schlimmsten. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. So schön. Schön, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Sie freut sich bestimmt, nach Hause zu kommen. Das erleichtert mich ungemein. Meine süße, kleine Biscuit. Mein weißes, edles Mondkalb. Und hier ist ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Das ist gar kein Thema. Sie haben mir ein Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Biscuit und ich sind in der Ehe. Eine Aufgabe haben wir hier noch. Und zwei hier hinten. Ähm, ja. Müssen wir mal kurz hinlatschen. Oder parieren. Das geht auch. Hallöchen. Hallo, kann ich irgendwie behilflich sein? Wie geht's dir? Ich bin Zacharissa Tugwood. Und ich habe ein aufregendes Angebot für dich. Erzähl mal. Es mag dich überraschen, dass jemand mit meiner offensichtlich angesehenen Abstammung Geschäft tätigt. Aber ich möchte einfach den weniger Glücklichen helfen. Das ist unglaublich nett von dir. Oh, das war noch nicht alles. Ich habe mit einer neuartigen Schönheitscreme experimentiert. Eine Creme, die unsere glorreiche Schule von den hässlichen, fettigen Pusteln befreit, die unsere armen Mitschüler plagen. Aber mir ging die Hauptzutat aus. Bubutubler Eiter. Sie wachsen allerdings im verbotenen Wald. Wenn doch nur jemand gegen Bezahlung ein paar für mich sammeln würde. Ich versuche ein paar aufzutreiben, wenn ich die Zeit finde. Bubutubler Eiter. Prima. Ich weiß sie jetzt nicht. Ich würde selbst gehen, aber ich will nicht. Ich brauche nur ein paar Bubutubler. Aber die wachsen wild. Also wirst du ein wenig suchen müssen. Das ist gar kein Thema. Vielleicht haben wir ja sogar welche. Unsere pickeligen Klassenkameraden zählen auf dich. Also los. Wie? Schreiben die an. Wildkarte. Und zwar hier hinten hin. Zack. Zack. Scheiße, wir können da nicht hinparieren. Dann gehen wir hier hin. Und werden dann entweder rüberfliegen oder parieren. Also anscheinend kann man zwischen... Also in Hockmeet, Hocksmeeds parieren. Aber nur innerhalb halt. Können nicht, weil wir es noch nicht erkundet haben. Reveo, ich sag dir mal. Ich verstehe. Wir könnten ganz bestimmt noch mehr Tiere in Hockmeet. So, hier unten. Laut Zacharissa sind wir hier richtig. Also wo sind diese Bubutubler? Bubutubler? Wo seid ihr? Ist das hier ein Bubutubler? Ne. Reveo. Ist das hier so ein Bubutubler? Das sieht danach aus, oder? Ja. Das riecht grauenhaft. Ekelhaft. Zum Glück sind es nur noch vier. Nur noch vier. Achso. Was ist denn hier los? Oh, da sind ein paar Trolle. Und? Da hinten haben wir noch welche. Sollen die mal sich mit den Trollen beschäftigen da? Na toll. Ein Troll? Oha. Aui, auui, auui. So, haben wir alle. Bublu, tublu, schmugglu. Hä? Hieß es nicht, dass wir vier brauchen? Hier ist jetzt ein Bubutubler. So. Besser ist das. Sehe ich genauso. Hockmeets. Bleiben wir hier rüber. Auf geht's nach Hockmeet. Ähm, es ist ja schon wieder dunkel hier. Können auch parieren. Innerhalb von Hockmeet. Zu Hockmeet. So. Oh. Ich hänge fest. Scheiße. Wir haben ein Problem. Jetzt geht's. Easy. Sakarissa, ich habe die Bubutubler gefunden, die du wolltest. Prächtig. Ich hoffe, es war nicht zu mühsam. Bekomme ich sie? Natürlich. Wir brauchen kein Geld. Let's go. Danke. Und natürlich deinen Lohn. Jetzt kann ich meinen Trank für unsere armen, pekligen Mitschüler perfektionieren. Wer sollte dankbarer sein? Ich oder unsere unansehnlichen, pekligen Mitschüler? Na du, Alter. Dass jemand deine Creme nutzt. Ich habe in der Zaubererwelt meinen Namen. Und du wirst einen kleinen Teil dazu beigetragen haben. Ja. Ja, wie all diese schwarzen Magier sind. Ob ich darauf jetzt stolz bin, das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, was ich im Sortiment habe. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Meine Tür steht immer ab. Jetzt müssten wir eigentlich alle Aufträge erledigt haben. Jetzt könnten wir noch mal kurz nach Diek rüber. Und unsere letzte Mission da. Ähm. Abgeben. Und zwar Hogwarts. Geheime Räume. Raum der Wünsche. Und dann sind wir auch durch für heute. Mit der nächsten Folge. Ähm. Diek. MC Diek. Wo ist MC Diek? Aufträge. Ist ja nicht hier. Die blöde Sau. Ah hier, Bombarda. Genau. Fange eine riesige lila Kröte mit dem Schnapsack. Okay, 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 das müssen wir noch machen. Sprich mit Blase. Sebastian. Äh, hier. Diek. Woher mal er ist. Wir gucken mal. Diek. Ach, da hinten. Wir sind einfach nur blind. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Du bist eine blöde Sau, das wollte ich nicht fragen. Schon gut. Vielleicht ein... Warum ist denn diese Frage jetzt oben und nicht unten? Hier. So. Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzen sie sie einfach ins selbe Tiergehege, indem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Diek, wenn sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Ah ja. Und noch ein neuer Raum hier. Wham. Dann gehen wir da wohl rein. Diek staunt immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie, Diek, von ihrer Zucht. Mache ich. Gar kein Thema. Schwöre ein Zuchtgehege. Okay. Dafür müssen wir... Einmal das hier mitnehmen. Ein Beschwörungszauber. Zuchtgehege. Hier. Wo wir das hinstellen, ist glaube ich scheißegal, oder? So, wir sind jetzt nicht hier oben. Escape verlassen. Ja, haben wir. Interagieren. Tierwesen handhaben. Jetzt nehmen wir die Astralis. Einmal hier. Äh, Testral. So. Und Testral. So. 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 Bring uns noch was zu fordern. Wie nutzt man denn sowas hier? Züchten. Ah. Muss es auswählen. Okay. 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 Bereit. Ich hoffe mal. Haben wir doch jetzt gemacht, oder nicht? Gehen wir mal nach Diek zurück. Schauen. Tiergehege. Sprechen Sie mit Diek, wenn Sie fertig sind. Tiergehege. Zuchtgehege. Tiergehege. Zuchtgehege. Ja, aber. Sind wir jetzt blöde? Haben wir was falsch gemacht? Zuchtgehege. 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 Könnte ja noch eins hier setzen, oder? Passt das nicht. Das passt schon. Irgendwie. Das ist scheiße, glaube ich, oder? Ja. Diekrihege. Ich komme weg. Das ist scheiße. Ich komme weg, oder? Ich komme weg, oder? Ich komme weg, oder? nutzen wir das nicht gerade nicht zu blöde zum inventar ich tue dir nichts Rebellion ok ich glaube wir müssen einfach warten 26 minuten ja wir gucken mal ich würde sagen das werden wir in der nächsten folge herausfinden ich werde euch da auf jeden fall noch bescheid sagen dann sage ich vielen dank für sie reinschauen und bis zur nächsten folge abhängig som en alkoholiker der bliver stiv så hvis jeg ikke kommer i boksen får jeg abstinenser jeg har ikke tid til skolen min klasse at glemme